Gott ist zweimal Mensch geworden und zweimal ermordet worden, in Jesus und in Dorothea. Jesus Cäsar, verraten von Judas Brutus, verurteilt und ermordet von den Juden. Dorothea ermordet in der Mordnacht von Roden, ein Ritualmord, gefoltert und ermordet von denselben Bestien und Hintergrundmächten wie Jesus. Auf dem Quast soll ihr Tempel stehen, der Vatikan des neuen wirklichen Christentums.